Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute mal zu Funfair Simulator hier und ja, ich wollte euch das Spiel halt vorstellen, es ist eine kleine Werbung, Unterstützung und ja, ich habe hier mal ein Fahrgeschäft rausgesucht für euch und das würde ich dann euch auch vorstellen hier direkt so, dann gucken wir erstmal alle Passagiere erstmal einsteigen, alle hinzufügen so, sind ganz schön stecken geblieben da alle, wie man sieht naja, nicht schlimm Leute, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, immer schön also wenn ihr das Spiel feiert, könnt ihr euch es gerne kaufen und ja, ihr könnt euch auch noch Zusatzgeräte kaufen und so und ja, man kann da halt viel, viel Möglichkeit hat man da halt und ja, dann starten wir direkt auch die Runde hier let's go, ich habe schon ein bisschen geübt, ihr wisst ein bisschen, ich werde Schausteller später, ihr wisst alle Bescheid Leute und ja so, dann let's go hier, let's go ein bisschen Licht einstellen hier, ein bisschen, dass das blinkt ein bisschen, so ein bisschen hier immer, ihr wisst so dann starten wir auch mal richtig durch, jetzt den Motor langsam richtig anschalten und dann gucken wir auch noch mal, wie das aussieht, wenn wir in dem Ganzen drinnen sitzen da gucken wir auch noch mal ganz kurz rein gleich und ja so, was haben wir denn alles für Auswahlen hier so, wir machen noch eine schöne Lautsprechanlage 3 to 1, Konto, passt schon und jetzt schön Strobo-Licht let's go, let's go so Leute, das ist eine kleine Werbeunterstützung ihr könnt euch das Spiel jetzt in Steam kaufen ein ganzes Paket für 23 Euro oder die einzelnen Packs für 5,99 Euro also auf jeden Fall checkt das auf jeden Fall ab wer spielen möchte, kann sie gerne spielen und abchecken es ist meiner Meinung nach den besten Simulator, den ich jetzt gesehen habe so und hier sieht man noch die Innenansicht und hier dann einmal wie das dann aussieht als Fahrgast eigentlich ziemlich cool finde ich und ja was gibt es denn mehr zu sagen jetzt fahren wir noch ein bisschen mit dann machen wir gleich ein bisschen Rückwärtsgang einschalten damit die auch genug Spaß haben, die Leute so dann pegeln wir das Ganze mal hier so erstmal Beruhigungspause Magenberuhigungspause hier und da geht es direkt weiter dann gehen wir wieder in die Außenansicht und hätte ich gesagt machen wir Rückwärtsgang anschalten gleich noch ein bisschen Nebel dazu schalten so jetzt mache ich 3, 2, 1 let's go so dann geht es richtig ab jetzt ein bisschen diese Horn also ich spiele den Horn auch nochmal ab für euch ein bisschen Strobo-Lichter zu machen also erstmal ausschalten Leute hier ist Bescheid 3, 2, 1 let's go aber wenn man in echt sowas sehen würde bei so einem kleinen Gerät nie das würde ein Schausteller nie machen guck dir das an das sieht aus wie ein halber Break dann sagen wir mal warum nicht warum nicht jetzt haben wir die ein bisschen blenden die Leute da also hier links bei der Kabine da geht es richtig um die also dass da noch keiner rausfällt ey das das ist mir ganz schön ganz schön ganz schön komisch so dann sage ich das war es auch langsam von diesem Video es ist halt eine kleine Werbung Unterstützung kauft es euch gerne wenn ihr wollt ich zwinge euch zu nichts aber unterstützt das Spiel unterstützt mich damit und dann sage ich habt noch einen schönen Tag und tschau Leute und dann wenn dann du komm